Jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik, die ganz einfach an die Frisuren von Super League-Spielern ermöglicht. Ein Jahr älter als ich, ein kleiner Weiss. Ich muss sagen, ich finde es top. Gut frisiert, schön, mit dem Weiss drin. Er steht dazu, die Genetik wollte er so, dass er schon früh weiss wurde. 2-2-Klasse, wenn es gut ist. 3-2-Klasse, wenn es gut ist.